Meine Hilfe, meine Hilfe, kommt vom Herrn, kommt vom Herrn. Hey, meine Hilfe und auch deine Hilfe kommt vom Herrn. Der Himmel und Erde gemacht hat, ist es nicht genial. Gott hilft mir und auch dir. So gut, oder Kinder? Und letzte Woche hatten wir Kindersegnung. Kati und Maya wurden mitunter gesegnet. Und heute haben sie uns eine Geschichte mitgebracht, wie Gott ihnen geholfen hat. Sie haben sich richtig zerschritten, waren ärgerlich aufeinander. Da haben sie aber Gott um Hilfe gebeten. Und Gott hat ihnen geholfen und sie konnten sich wieder liebhaben. Aber seht doch am besten selbst. Ich hab's zuerst gehabt! Ich! Ich! Nein, ich! Schaut, dass ihr uns entschuldigt, dass wir nicht zeigen können, wir wissen das hier. Bitte Gott, dass wir nicht mehr streiten, dass wir nicht mehr streiten. Bitte Gott, schenk, dass wir nicht mehr streiten. Und Amen! Amen! Ich liebe mich bis da, 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 bis da Hey, Kadi Meier, so gut, habt ihr super gemacht. Ist es nicht cool, Kinder? Gott hilft uns. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Und deswegen, lass uns mal zusammen etwas machen. Gott hilft mir. Jetzt alle zusammen, auch du. Gott hilft mir. Hey, das ist so was Cooles. Gott hilft uns, wenn wir in Probleme sind. Wenn es uns mal nicht gut geht, Gott hilft dir und mir. So gut. Also, hey, habt einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020